Dann grüßt halt nicht! Leute, das müsste halt so weit drin sein! Ja! Warum ist halt nicht zuerst? Weil das immer so ist! Ich sage für 500 zu 1, ihr grüßt, dann grüße ich! Ja, das wusste ich nicht, das ist meine erste Aufnahme mit dir! Nee, hat mir nicht schon mal Katze gesagt? Ach, egal. Das hatte Simon bei mir auch schon mal einfach so gemacht und ich habe keine Ahnung, was er damit meinte. Jetzt wusste ich sogar, aber ich dachte, er sagt trotzdem selber was. Ja. Ihr seid echt hoffnungslos. Was spielen wir gerade? Keine Ahnung. Ein verrücktes Spiel, wo Offen auf Affen schießen. Mit Affenwaffen. Ja. Wir schießen einfach nur aufeinander und... Ja. Nein, nein. Das sind schon Affenwaffen. Also ich habe hier am wenigsten Ahnung, was ich mache. Was sagst du, Melanie? Ich habe am wenigsten Ahnung, was ich hier mache. Das hast du immer. Du kannst es trotzdem am besten. Nein, hab ich nicht. Ciao! So! Noch ein bisschen runtergefallen. Oh! Alter! Ich verkackere ich die ganze Zeit hier. Krass, das wird offen, herrlich. Okay, beim Heli! Ah! Ja, genau. Soll ich mich wieder von hinten an. Fick dich doch. Äh, ach so. Ach so. Ja, genau. Ich habe das nur geleckt. Die Bette ist schon gut. Okay. Guck mal, da hinten ist irgendwie wer wieder. Warte mal, hier so... Warten und... Besser nicht warten. Okay. Dessere nicht, mit was du da die ganze Zeit rumschießt. Das weiß ich selber nicht. Das überfarte ich noch nie, glaube ich. Ah, wiederwärtig. Lol. Natürlich, ich hab mir eigentlich ein Level-Up. Entschuldigung. Nein, ich schieße doch gerade auf jemand anderen. Verdammt nochmal. Ja, du bist echt so ein Lacker, ne? Echt. Warum? Ja, weil du immer genau auf die Leute schießt, die gerade jemand anderen im Visier haben. Wie du da so offensichtlich rumstehst. Das ist nur meine Strategie. Nein, ich schieße den nicht. Das ist gar keine Strategie, der hat gar keine Strategie, der hat nur Glück. Ja, hör. Ich schieße auf den, den ich sehe. Soll ich irgendwen sehen, wird auf den geschossen. Nix. Nix, sagt ich. Ich gehe nicht davon, wenn ich euch meistens nur finde, weil ihr schießt. Oh, fuck. Hab ich gefailt, derbe. Au, 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 au. Das hat fast weh getan. Oh, diese blauen Punkte. Alter. Meine blauen Punkte. Ist mir doch egal, was jetzt deine blauen Punkte sind. Ey, du kommst immer von hinten. Immer wenn ich gerade jemand anderes verfolge. Wirklich. Warum lachst du? Was nicht du gemeint. Ich weiß. Aber das war meine Strategie. Dass meine dich abschießen, bevor du mich abschießen kannst, weil ich mich selber aufgeschossen habe. Ja. Krieg gar nix hin. Alles so geplant. Ja, wirklich. Nope. Wow, nicht mehr, sondern mehr auf mich gezielt. Ich muss gerade... Gehst du dich überhaupt hier? Okay, ach. Ach, ich muss bestellen wieder. So, wo seid ihr denn? Ganz weit weg. Also, diese blauen Punkte irritieren einen mega. Ach was? Er schießt einfach, weißt du? Ohne... Ohne... Irgendwas... Ich schießt einen. Ich ziele schon, aber ich kann nicht genau zielen. Ich ziele ungefähr. Diese Punkte ein bisschen behindert sind. Lass euch mal machen, ne? Diese Waffe kriegst du auch nix gebacken hier. Ich bin nämlich andere. Echt, ey. Da wär's an. Du musst echt... Irgendwie leckt es gerade. Ja, zu nicht. Ich bin mir, aber jetzt ist alles super. Ja, ich schieß gar nicht. Abgesehen, hab ich mir auf meine Waffe langsam und sicher. Ja, ich schieß auf Leute und es wird nicht getroffen einfach. Es geht nicht. Ja, jetzt hat's funktioniert. Ja, jetzt hat's funktioniert. Das ist ja so. Es ist ja so. Wir haben uns langsamen, da! Oh, haha! Oh man, ey, das ist ja echt gemütlich. Wo sieht man eigentlich die Waffen von den anderen? Ähm, auf Zap. Ja. Okay. Nice. Extreme Lance Flares. Auf Doom, Leppigness. Alter. Ja, wer ist denn? Verkackt gerade mega. Oh, nicht schlimm. Das ist die ganze Zeit schon. Nichts, nur noch mehr verkackt. Ja, doch doch. Halt da diese scheiß blauen Punkte, ja? Die packen aber auch ab. Auch ich mag diese Waffe. Bin aus diesen Gründen ein Fisch. Ja, ich kenne die auch gerne mal. Kriegst du oder nicht? Nee, eben. Die erste, die Kackmacht hier ausgewählt haben. Bist du hier, Manny, gegen die ich kämpfe? Ja, aber du das hier bist, ja? Ja, ich bin da mit einem blauen Punkt. Manny, du bist langweilig, weißt du das. Bis dahin, die ich sehe, sorry. Die sind ja jetzt, ich sehe sie nicht mehr. So. Ja, einfach abstauben. Ziehen die Zuschauer überhaupt irgendwas? Ich weiß nicht, wie ich ziele, äh, für Spiele wäre das sehr unübersichtlich. Ja, das ist der Nasser bei dieser Waffe. Ja, das ist der Nasser bei dieser Waffe. What the fuck? Was denn? Wie habe ich bei mir besser, also mehr getroffen als du? Ja, wahrscheinlich, aber ich habe kritische Hits gemacht. Achso, die gibt es auch. Nehme ich mal an. Wie gesagt, ich habe keine. Unmöglich. Unmöglich. Ne, 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 schon wieder. Sicher. Was ist denn? Äh, gleich noch eine Runde. Ja. Nee, kein Bock mehr. Na doch. Nee, nee. Ich will doch mal gewinnen. Alle guten Dinge sind drei und so. Ja, ja. Nee, nee. Die finde ich super, die nicht ganz so sehr. Naja, auch nicht wirklich. Hey, for the sake of it. So. Kommt ihr? Nee. Doch. Ja. Nee. Doch. Nee. Doch. Das war keine Frage, es war eine Aufforderung. Das ist mir ziemlich egal. Sollte es aber nicht. Ist das aber. Ist ja lame. Dieses Lame ist immer noch in Aufnahme drin. Aha. Tja. Mir auch egal. Sollte es aber nicht. Ist es aber. Es ist aber gefährlich, wenn dir das egal ist. Nein, es ist nicht. Und wie es das ist? Denn dich meinst du unbedingt gegen anderen über durchzusetzen? Ich habe nur keinen Bock mehr. Du wirst gleich wieder Bock haben. Ich bin ziemlich sicher. Dann nehmt ihr die andere Waffen auswählt, mit denen sie zufälligerweise schlechter ist. Was nicht passieren wird. Das ist so nach fünf Waffen. Versuch's doch einfach. Und so. Vanya ist zwei Runden. Eine Probe, eine diese. Dann wählst du nochmal eine vernünftige. Glaub mir, es wird nicht besser. Doch, es wird besser. Ich kenne Melanie, es wird besser. Denn sie wird müde. Ja, meine Verpantheit fängt gerade wieder an. Ach, danke schön. Beim siebten Mal in meinen E-Mail-Account reingekommen. Verbessert ihren Lack nur noch. Wenn sie glauben. Öff. Das ist auch, wenn es losgeht. Ja, dann, wenn du bereit bist. Und wenn Konstantin dann auch mal sich zu herab lässt. Sozial zu sein, mitzumachen. Ich war da bereit. Ist du aber nicht. Du bist nicht grün hinterlegt. Oh. Oh Gott. Wenn wir uns drei... Okay. Nur zwei Seiten Text. Ja, kommst du jetzt oder kommst du nicht? Du kommst. Also mach voran. Warum? Weil ich das sage. Was müssen wir so lange warten? Müsst nicht warten. Doch, müssen wir. Es gibt nichts, worauf ihr warten müsst. Doch, dich. Ach, Junge. Ja, komm, dann ist das eben der Beweis, dass es nicht besser wird. Nein, zwei, drei, zwei. Nein, zwei, drei. Ich muss auch nicht reintappen sollten. Warum will ich das immer denn? Nicht den Speicher. Also dann, Runde 2, ting-a-ding-ting-a-ding. Gibt's schon? Ja, jetzt schon. Ja, es gibt schon. Ja, okay, cool. Simulation commencing. Oh, warte mal, der Mund süß nicht an. Oh. Nee. Das ist kein Problem, einfach rausklappen. Ich werde ja wohl kaum sterben. Nee, du bei deinem Glück sind's doch nicht. Ja, bleibt noch. Ich glaube, sie sind aber ziemlich groß. Deswegen ist es schwer, andere zu finden. Ja, dafür dass sie nur zu dritt sind, ne? Ja. 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 Aber anscheinend sehen wir doch anders aus, denn ich hab grad gesehen, als ich grün bin und Melanie war gelb. Okay. Vom Outfit her, keine Ahnung. Was hab ich für ne Farbe? Weiß ich nicht, die hab ich noch nicht gesehen. Du siehst rötlich aus. Doch, ich bin bei dir allein. Orangen. Ja, super. Okay. Melanie ist also gelb, das ist schon mal ne interessante Information. Halt von allem, dass es irgendwie mit dem Leben zusammenhängt, wie die Farbe ist, aber anscheinend nicht. Auch wahrscheinlich schon. Nö, ich war beim Sterben und kann auch noch grün. Na gut. Kann man sich überhaupt selber sehen. Ähm, am Antgelenk, wenn du die Raffe trägst. Also kommen wir viel Raffe an, aber... Was ist das schon mal wieder für ne Waffe? Was denn? Eine ganz normale Waffe? Jaja, genau. Die verschießt irgendwas? Nein, du killst mich nicht. Selbstmord, oder? Ja. 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 Natürlich voll beabsichtigt, dass die Kugel jetzt nach drei Abprallern wieder bei mir gelandet ist. Ah. Blue balls everywhere. Ja. Waffe ist gut sein. Ey, diese Waffe ist toll. Es ist gut, dass ich kenne unsere Orten, wo ihr seid. Kannst du nicht? War cool. Leben lang. Okay. Ey. Nein. Jo, mit einem Schuss? Ja. Ich würd's mich verarschen. Was hattest du denn mit für ne Waffe? Immer noch diese Läden mit den blauen Bällen. Einfach einmal voll das Face. Ich merke an, blaue Waffe ist geil. Jaaa. Also. Ich überhitzt da ziemlich schnell. Man kann nicht da aufwahl machen, ne. Okay. Was halten ihr bitte? Ich bin hier. Ja. Immer von hinten. Wenn man sich dann einmal umdreht ist dann wieder hinter einem, weil sie dann vor einem war. Hääääää. Entschuldige. Alter. Nicht Entschuldigung, sondern einfach nicht machen, ja? Ja. So funktioniert das Spiel. Simon, siehst du es jetzt ein? Ja. Nö. Du bist blöd. Doch haben wir ja nicht gewonnen. Ja, scheiß blaue Waffe. Wenn ich einen gut platzierter Schoß mag, dann läuft's. Ja, aber dann kannst du nicht gut schießen. Diese Waffe muss man echt Glück haben für. Gibt's sowas wie Nachladen überhaupt? Nein. Nein. Einfach nur abwarten, damit die Waffe abkühlt. Ah, okay. Oh Gott, das war's. War was? Ich hör die Sterb-Sounds nur, weißt du? Nee, du versteckst dich hier irgendwo. Ich versteck mich nicht. Nein. Suche. Was suchst du? Euch. Oh. Oh. Ja, das ist schon wieder die rote Waffe ey. Oder wie auch immer. Oh. 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 Ja, wo sind sie denn? Lol, ist gerade Boden verschwunden bei mir, wer auch immer das war. Oh, das war Simon. Bin ich? Okay. Da war ich noch weit über dir. Kills abstauben, ja. Nix kills, abstauben! Ich glaub nichts. Ach so, es war Suizid. Ja. Ich dachte, ich hätte Konz gekillt und du wärst... nee. Nein. Ja, ich dachte, du hättest Konz gekillt. Die Taktik ist super Konz, die musst du auch mal anwenden. Wenn du dich kurz vor Tod hast, einfach mal selbst abballern. Das bringt die Taktik viel gut. Ja, wirklich. Du kriegst nämlich kein Kill für. Nef. Ganz gut. Das, was da ist. Dann, du Scheiße, ey. Ist zugegenmaßen nicht egal, die Gentleman's Mervid, aber hey. Ich will mal hier Selbstmord gehen. Ja, das war gerade versehentlich. Alter. Auch Selbstmord. Wollt ihr mich verarschen? Nicht nur treuen. Ist doch alles gut. Ja, so kommen wir nicht zum Ende. Ja, wir kommen schnell genug zum Ende. Nur halt nicht mit dir im Abstand von 10 Kills. Na, zu mir schon. So, dann stellt sich einfach doof an. Also grün, hier in dem grünen Ding ist echt unfair. Kann ich von den grünen Punkt nicht unterscheiden. Tja. Hallo. Aufnahme. Aufnahme. Oh, entschuldige. Oh, schon ist Selbstmord. Warum gehen wir eigentlich nie in Aufnahme-Channel dafür? Weil wir zu cool dafür sind. Weil wir zu blöd dafür sind. Meinst du cool? Ja. Äh. Alter. Das kann doch nicht dein Ernst sein, ey. War es meiner? Doch. Oder meinst du Melanie? Das war's du jetzt. Muss ich mal. Aber kannst du den wirklich? Stell dich mal was besser an. Selbst ich habe schon neun Kills. Ja, aber du hast mir auch gerade den Kills abgezogen quasi. Ich weiß. Ja. Blöde ist, ich habe Pech. Die Leute sehen mich immer, bevor ich sie sehe. Ich habe ein Problem mit meiner Mausintensität gerade. Ich habe mir johlen und habe die gar nicht eingestellt. Ob die zu krass oder zu weich ist. Da ist so. Hm. Und wenn ich eine Person sehe, kommt die andere von hinten. Das ist gerade immer so. Ja, das ist das Problem. Zu dritt. Hm. Ja, das wird besser, wenn wir zu fünft sind. Dann hat man das völlige Chaos. Ja. Aber dann hat man das besser, ja. Dann hat man... Nicht immer einen, der Kills abstaubt. Ja. Alla. So. Was sind denn alle? Gerade nur ich spawnen. Das ist nöch. Ich sehe gerade auch keinen. Map zu groß, Map zu groß. Ganz offensichtlich. Zu groß für drei Leute, ja. Ja. Oh, nicht auf ihn ja! Was denn? Du bist grün! Ja und? Du bist unfähigen grünen Punkten! Ist es gar nicht. Ach ich kann nicht von den grünen Punkten unterscheiden. Ich bin ja verdammter Affe kein grüner Punkt. Ja, aber wenn du so hüpfst und nicht mich, wenn das eine andere drin ist, bist du für mich ein präsent guter Punkt. Wieso solltest du dich vielleicht nicht drehen? Ja wie soll ich dich denn da wischen? Keine Ahnung. Wir gehen ja drehen präzise Zielen oder so. Boah! Dieses... Umhüpfen die ganze Zeit, ey. Das ist völlig unkoordiniert, ey. Hi! Ja, hi. Hinter dir ist Melanie wieder. Ja. Viel Spaß. Wo kann das denn jetzt her? Ja. Und der Seite. Wohl von hinter dir. Wie immer. Ah ja. Boah! Scheiße. Immer besser du wirst von Merkel als von Melanie. Ja? Ah. Tja. GG! Ja. 17 Tode. Finde ich toll, ja. Ist gut. Oder am Ende, aber hast du noch einiges aufgeholt. Hm, super. Ja, und Konstantin ist irgendwie... Naja. Ne? Ja. Ja. Ein Grund, dass ich nicht mehr mitmachen wollte. Siehste, wa? Ja, na. Das liegt aber nicht daran, dass Melanie OP ist, sondern einfach, dass du OP bist. Nee, nee. Irgendwie nicht. Ja, doch. Denn ich bin grauenvoll in FPS. Das haben wir gesehen. Das ist nämlich jemand, wenn ich hier gespielt hab. Ja, du hast aber mehr Übungen. Bin ich ernst, siehst du ja. Jetzt, Daisy und Battlefield und Zeugs und Kram. Ah. Na ja. Hab ich auch seit zwei Jahren nicht mehr gespielt, quasi. Bis zum nächsten Mal mit hoffentlich ein bisschen was mehr Enthusiasmus. Ja. Und hoffentlich gewinne ich wieder. Ich sag nicht, dass wir nächstes Mal dieses Spiel nochmal spielen. Was nicht heißt, dass wir es nicht tun werden, aber... Egal, was das Spiel nicht gewinne. Auch wenn ich gar nicht dabei bin, ich gewinne. Da würde ich ganz einfach nur eine Toho einladen. Ein andermal. Ciao. Tschüss.